Mit welchem Wort würdest du dieses 0 zu 2 des Gliedplatzes in Braunschweig bezeichnen, Chris? Schlimm. Schlimm? Okay. Schlimm, ja. Schlimm. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das ist, glaube ich, auch ein Begriff, auf den sich einige Hörerinnen und Hörer schon mal einigen können. Ich hätte noch andere Vorschläge, die mir in den Kopf gekommen sind, die ich aber auch in diversen Wortbeiträgen in diesem Internet oder auch per WhatsApp und auf ähnlichen Kommunikationskanälen bekommen habe. Ich hätte auch das Wort indiskutabel, erschreckend, ernüchternd gab es noch. Das Wort bodenlos habe ich öfter gelesen. Das trifft es auch alles ganz gut, oder? Oder ist da irgendwas zu hart davon? Nee, also bei so einem Auftritt beim Tabellendetzten, wenn man die zwei Auftritte noch zusammennimmt mit dem Spiel gegen Elbersberg, also ein derartiger Spannungsabfall nach einem, ja, 4-0 in Regensburg. Regensburg, ich glaube, da ist es nicht mit Joe Enox jetzt auch langsam aus. Wir haben jetzt 3-0 gegen Preußen Münster verloren, also ja, aber trotzdem, also dieser Spannungsabfall nach dieser Länderspielpause ist unerklärlich, ist extrem und langsam auch alarmierend. Boah, das sind harte Worte, aber ich glaube, die wird der Alexander Zorniger genauso wählen, zumindest Klanger nach diesem 2-0 in Braunschweig ähnlich. Du hast gerade Spannungsabfall gesagt, ich habe auch überlegt, war es ein Rückfall, dieses Spiel in Braunschweig? Für mich war es ein Rückfall in ältere, in vergessen geglaubte Zeiten, hatte ich auch in meinem großen Nachbericht, den es auf NDE zu lesen gibt und am Montag auch in den Zeitungen geschrieben, also auswärts in überwunden geglaubte Zeiten. Aber andererseits war es eigentlich gar kein Rückfall, sondern wie Alexander Zorniger wahrscheinlich richtiger sagte, eine Fortsetzung des Elbersberg-Spiels. Nur, dass diesmal halt der Gegner die Tore gemacht hat. Ja, man sieht es, also die Defensive ist weiterhin schlecht. Braunschweig hat es geschafft, mit den absoluten Basics der Spielvereinigung absolut gar keine Chance zu lassen. Und wenn er der Wellenletzte mit den wirklichen Basics, dem ungeschlagenen Zweitligisten seit April, solche Probleme bereiten kann, dann kann das kein gutes Spiel gewesen sein. Das hast du auch schon gesagt, 0 zu 1 bei Fortuna Düsseldorf war das letzte Spiel, das das Krippert verloren hat, im April. Seither ungeschlagen, sowohl in der Liga-Saison übergreifend, als auch in der klubierten Vorbereitung. Hätte jetzt, glaube ich, keiner geglaubt, wie man das am Samstag im Eintrachtstadion gesagt hätte, von den 19.000 Menschen oder sagen wir mal von den 18.920 oder so, wenn man die Gästefans abzieht, die im Gästeblock waren. Naja, wir merken schon wieder, wir sollen eigentlich nicht über dieses Spiel reden, hat ein Hörer kommentiert auf Facebook. Aber ich glaube, wir müssen es zumindest tun, weil man an diesem Spiel ja auch wieder größere Dinge womöglich ablesen kann, die, wie du so sagst, auch alarmierend sind. Aber das machen wir in dieser neuen Folge, wie immer nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Der vierte Flachpass wird Ihnen präsentiert vom Tagesgeld 35 der Sparkasse Fürth. Tagesgeld 35. Die attraktive Geldanlage mit kurzer Kündigungsfrist. So bleiben Sie finanziell flexibel und erhalten satte 3% Zinsen. Vierter Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Herzlich willkommen zur 190. Folge des Vierter Flachpass, auch nach der ersten Niederlage der Saison mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Siem, dessen Stimme sehr angeschlagen ist, Chris, das aber nichts mit dem Kleeblatt zu tun hat. Nee, mich hat es ein bisschen erwischt, aber das hat nichts mit dem Kleeblatt zu tun. Aber, ja, gehört auch langsam mal dazu. Hoffentlich ist es dann Richtung Ende der Woche zum Fortuna-Spiel. Und dann vor allem zur Kerwa muss man wieder fit sein. Also bis dahin alles geben und dann schauen wir weiter. Eine Analogie zum Kleeblatt. Muss auch jetzt alles geben eine Woche lang, um zum Kerwa-Spiel, das z.B. ein Kerwa-Pre-Opening ist, am Freitagabend im Wohnhof auch wieder fit sein. Aber bevor wir auf dieses Spiel kommen, versuchen wir, trotz deiner lädierten Stimme, also für alle Hörer und Hörer, wir tun beide unser Bestes. Ich bin geschlaucht von einer langen Auswärtsfahrt nach Braunschweig, die sich, naja, so ein bisschen gelohnt hat. Und du bist geschlaucht von Viren oder was auch immer. Deswegen, wir tun unser Bestes, um auch diese Folge zu einer guten werden zu lassen. Und dann sprechen wir doch in dieser Folge erstmal wieder über die Aufstellung, Chris. Denn sie war, anders als an den ersten Spieltagen, ja doch eine etwas andere und teilweise auch überraschende. Ja, also es gab ja im Vorfeld dann doch einige Fragezeichen, die sich unter der Woche aufgetan haben, gerade im Defensivverbund. Luca Itter war angeschlagen. Luca Itter war angeschlagen, ja, bei Marc-Amar Höfer hat es nicht gereicht. Und bei Simon Aster anscheinend im Abschlusstraining hat er sich da auch nochmal verletzt. Da musste man da umbauen und im Sturm gab es eine Neuerung. Eine Neuerung. Marlon Mustaf war in der Start. Ich habe die Aufstellung gesehen im Presseraum in Braunschweig und dachte mir, huch, Marlon Mustaf war in der Start-Def. Es wurde ja in der PK noch danach gefragt, wie weit er weg sei von einem Start-Def-Einsatz. Das klang bei Alexander Zorniger noch nicht so euphorisch. Aber wahrscheinlich wusste er dann schon, dass er das jetzt nicht unbedingt jinxen will. Aber ich habe Alexander Zorniger ja gefragt, was dafür sprach, Marlon Mustaf anstelle von Sabini beginnen zu lassen. Also in unserem Austausch nach dem offiziellen Teil der PK. Und er sagte, die Fähigkeit, aggressiver anzulaufen, mal das Zitat, weil sie da doch einige Möglichkeiten in der Analyse von Anta Bronschweig gesehen haben, dem Gegner Probleme zu bereiten im Spielaufbau, wenn man den Torhüter und den Spielaufbau energisch attackiert. Wir können jetzt schon mal, ohne direkt ins Spiel reinzugehen, sagen, es hat nicht ganz so gut funktioniert. Ja, also er ist für das nächste Spiel auf jeden Fall weiter von der Start-Aufstellung entfernt als zum gleichen Zeitpunkt vor einer Woche. Also, wenn man einen Leichtathleten aufstellt und er dann der langsamste Feldspieler der Mannschaft ist, dann sah er sich nur schlechter aus und war es auch schlecht. Und ja, es war natürlich voll richtig, dass beide zur Halbzeit ausgewechselt wurden. Beide Stürmer, aber Neufuttkau ja auch. Das war auch wieder absolut gar nichts. Also ganz, ganz schlimme 180 Minuten jetzt. Aber bei Malo Mustafa, also wenn du jemandem dann das Vertrauen gibst und sagst, okay, du musst da vorne eigentlich nur Gas geben und alles geben und dann macht er genau das nicht, dann ist es natürlich schwierig, auch für die Zukunft. Also ich kann mir dann schon vorstellen, dass da vielleicht Dennis Sabini wieder spielen wird, einfach weil man sagt, okay, da weiß ich ein bisschen mehr, was ich kriege. Da weiß ich eh, dass ich jemanden habe, der da vorne nicht anläuft, der mir vielleicht mit anderen Qualitäten weiterhilft. Aber bei Malo Mustafa, also die Halbzeit, die war, er war irgendwie gar nicht zu sehen. Das sah optisch, also optisch war es schon überhaupt nicht gut. Und wenn er dann irgendwie Top-Geschwindigkeit 28,4 kmh hatte, das ist langsamer als Marko Meierhöfer. Also Marko Meierhöfer nach der Verletzung. Wie gesagt, also wenn ich einen Leichtathleten im Sturm aufstelle, dann darf er schon aggressiver sein, mehr sprinten und muss auch schneller sprinten. Also da merkt man, dass die Tiefe nicht nachhaltig angegangen wurde, dass er sich selber vielleicht auch keinen Platz geschaffen hat. Dass natürlich auch die Mannschaft auch wenig unterstützt hat, aber daran merkt man schon auch, dass einiges nicht gut lief. Und man hat das auch im Stadion vernommen, unter anderem, also vor mir saßen einige oder mehrere Verantwortliche der Spielvereinigung. Da hat man schon auch gemerkt, dass die Unzufriedenheit damit, dass er einfach, also es waren tatsächlich öfter mal Räume da, die hat man noch gut erkannt, die er hätte belaufen sollen und hat es einfach nicht gemacht. Also deswegen fand ich das umso verwunderlicher. Ja, noch dazu hat der Global Soccer Network Grüße an der Stelle in einer Analyse geschrieben, es sei ein Pressingstürmer. Also dieser Auftritt war für mich alles andere als der eines Pressingstürmers. Leider muss man so sagen, auch die Kollegen waren sowohl mit ihm als auch dann mit Roberto Massimo, der auch sehr zögerlich angelaufen ist als Simon Aster-Vertreter, diesmal auf der rechten Schiene. Also das ist ja dann schon vielleicht auch die erste Erklärung für dieses Spiel. Und wenn wir dann übergehen ins Spiel auch, warum es nicht so gut funktioniert hat, weil man einfach, also überhaupt, wenn man sagt, man will intensiv spielen, man will anlaufen und halt zwei Spieler, die das vom Läuferischen können müssten, irgendwie seltsam gehemmt, lethargisch, weiß nicht, wie man es formulieren soll, am besten aber wirken. Also dieses Anlaufen, von dem man sich irgendwas versprochen hatte, wahrscheinlich auch der Matchplan ja daraufhin ausgelegt hat, wenn das dann so gar nicht funktioniert, dann, ja. Und wie gesagt, das sind ja wirklich Basics. Also wenn du einen Stürmer hast, den du sagst, lauf an und du läufst nicht an, dann wird Alexander Zornig in Analyse wahrscheinlich auch nochmal sehr deutlich gesagt, was er von so einem Auftritt hält. Wenn man Stürmer zur Halbzeit auswechselt, ist das ja auch schon mal ein klares Zeichen. Aber bevor wir ins Spiel gehen, es gab noch zwei weitere Wechsel in der Startelf, denn Reno Münz hat begonnen, Startelf-Debüt für Reno Münz mit 18 Jahren. Der Spieler, der eines Tages in der Bundesliga spielen wird, hat Alexander Zornig sicher schon festgelegt und den Druck nicht ganz so hoch zu machen. Aber ja, auf der linken Schiene hat er begonnen. Wir haben ja vorher gerätselt, ob er als linker Innenverteidiger beginnt oder auf der linken Schiene und da hat er doch außen gespielt. War das für dich auch überraschend? Oder sagst du, nachdem Otto den Regensburg, wie er da außen zwei Regensburger vernascht hat, war das quasi fast schon zu erwarten, dass er auf der linken Seite beginnt? Also da habe ich zuerst auch ein bisschen dran gedacht. Aber dann, also wenn man sich überlegt, welche wichtige Positionen dann Luca Itter auch einnimmt als linker Innenverteidiger, also gerade auch im Spielaufbau die Verantwortung, die er da übernimmt, dann ist es fast klar, dass man diese Position vielleicht nicht mit einem 18-jährigen Startelf-Debütanten besetzt. Und Alex Zorniger hat ja schon öfter gesagt, dass da auch Nico Gieselmann vorgesehen ist, der ja auch gewisse Qualitäten am Ball hat, eine gute Übersicht. Und dann ergibt es schon sehr viel Sinn, wenn man die beiden so aufstellt. In der Vorbereitung hat auch Alexander Zorniger, als ich mal darauf angesprochen hatte, gesagt, dass er sowohl Luca Itter als auch Nico Gieselmann eher als linke Innenverteidiger, denn als linke Schienenspieler sieht. Hat wahrscheinlich auch einiges mit der Dynamik zu tun, die man auf der Position haben will. Weil die Reno Münz ja auch mehr hat als Nico Gieselmann allein schon aufgrund von 14 Jahren Altersunterschied, was schon krass ist. Oder? 14? 15 sogar? Ich glaube, sie müssten sogar 15 Jahre sein. 14 oder 15 Jahre. Also deutlich Altersunterschied auf jeden Fall. Und dann gab es noch, wie gerade schon gesagt, Nico Gieselmann hat dann den Platz links in der Dreierkette übernommen von Luca Itter, weil es ja dann eine naheliegende Lösung, weil in der Vorbereitung war Nico Gieselmann ja schon nah dran und das war dann die Entscheidung, ob er oder Luca Itter beginnen am ersten Spieltag. Und das war dann Luca Itter, der es ja auch dann wieder gut gemacht hat, mit jeder Woche besser gemacht hat. Auch schade, dass er jetzt dann wieder ausgefallen ist. Und dann hat Nico Gieselmann diesen linken Innenverteidiger in der Dreierkette gegeben und gleich in der zweiten oder dritten Minute einen Ballverlust fabriziert, nachdem beinahe schon das 0-1 gefallen wäre. Also kein perfekter Einstand im Spiel von Nico Gieselmann. Nee, aber war überhaupt ein ganz schwacher Einstand von allen. Also da hat man ja direkt gemerkt, dass irgendwie gar nichts gepasst hat, dass die Spannung auch auf dem Platz gefehlt hat. Sehr unkonzentriert haben alle gewirkt. Ja, alle. Also auch der ganze Defensivverbund. Ich weiß nicht, Giedon Jung hat, glaube ich, auch einen Ball mal ganz, ganz komisch verloren. Also wenn das dann in der Abwehrkette schon passiert, dann weiß man eigentlich, okay, das wird irgendwie ein bisschen wilder Tag. Braunschweig hat dann ja auch recht früh dann schon im Fast-Minuten-Takt größere Chancen gehabt. Da konnte man ja auch noch froh sein, dass man halt ja in aller anderen Abführung nur gegen Andra Braunschweig gespielt hat, was man auch wieder in dem Spiel gemerkt hat. Ja. Das ist ja die schlimmste Erkenntnis eigentlich, dass man, also selbst gegen, hatten vier Tore hatten sie vor der Saison, also vier zu 16 war das Torfeld, das hat man ja auch vergangene Woche in der letzten Folge gesagt. Vier zu 16, also vier Tore geschossen in der ganzen Saison. Und diese Mannschaft hatte dann in der ersten Halbzeit, ich habe mir das aufgeschrieben, es war einem Zwei-Minuten-Tag, es war elf, dreizehn oder fünfzehn, hatten sie dann eigentlich drei Chancen und der Ball kam ja auch dann einmal aufs Tor zum Beispiel. Also das waren jetzt auch nicht so Halbchancen, sondern es waren schon gute Chancen und ich kann es nur immer wieder betonen, ich glaube, andere Mannschaften dieser zweiten Liga machen diese Tore auch. Bin sehr gespannt, wie es jetzt am kommenden Freitag wird. Vertun Düsseldorf ist bislang ja jetzt nicht dafür bekannt, viele Tore zu schießen, aber zumindest von der individuellen Qualität. Dann kommt Magdeburg, die auch Erfrischen und Offensivfußball spielen. Es kommen da noch andere Gegner und ich glaube, die nutzen es noch mehr aus. Wir kommen ja später auch nochmal auf Daten, die auch nicht allzu gut sind. Also gut, dass es da, wie du sagst, gegen Eintracht Braunschweig ging. Das Klippe hatte eigentlich nur eine Chance von Roberto Massimo, müssen wir der Vorständigkeit halber erwähnen. Hat er nach einem schnellen Gegenstoß auf Zuspiel von der Gota von rechts kommend links vorbeigeschossen. Kann man immer sagen, wenn da das Tor fällt, dann. Aber das Tor ist nicht gefallen und dass es die einzige Chance in der ersten Halbzeit so richtig war, ist auch eine schlimme Erkenntnis gegen den Tabellenletzten, der 16 Gegentore vorher kassiert hat. Hat auch Alexander Zorniger sehr deutlich angesprochen, dass das gegen eine Mannschaft mit eben dieser Statistik vor dem Spiel jetzt nicht gerade eine Auszeichnung ist. Ich habe es mir aufgeschrieben, es waren zur Pause beim Datenanbieter, bei Fottmob waren es 0,18 Expected Goals. Beim offiziellen Bundesliga-Account, der immer etwas großzügiger rechnet, waren es 0,21 zur Pause. Also so ein Fünftel Tore in der ersten Halbzeit. Und die Braunschweiger bei Fottmob 1,03, also schon in der ersten Halbzeit mindestens mal ein Expected Goal, bei der offiziellen Statistik sogar 1,7 zwischenzeitlich. Also das, ja, das sind große Unterschiede, aber man erkennt zumindest eine Statistik, denn das ist ja in beiden Statistiken ein deutlicher Unterschied. Also mindestens mal fünfmal so viel, wenn nicht teilweise sogar noch mehr. Also da war dann die Führung, auf die wir jetzt gleich kommen, weil ich will nicht alles noch mal wieder keuen, was da passiert ist. Das tut viel zu sehr weh. Wenn ihr wollt, schaut es euch noch mal an im Fernsehen, aber ich würde es keinem raten. Das mussten die Spieler schon wahrscheinlich am Sonntag bei der Videoanalyse tun. Das war hart genug. 30. Minute, ein Ball in die Tiefe. Der Schläfregel Maxi Dietz war davor schon mal Thema, weil er unter anderem, das hat Zorniger in allen Interviews erwähnt, bei einem Freistoß einfach irgendwo in der Gegend rumschaut und nicht merkt, dass hinter ihm sein Gegenspieler einfach in die Tiefe läuft. Und dann hat Nico Gießmann klärt einen Ball. Im ersten Moment dachte ich womöglich, warum klärt er ihn so komisch? Aber du hast auch gesagt, er hat ihn eigentlich ganz sauber in den Fuß von Maxi Dietz geklärt und dann, ja, was macht Maxi Dietz da in der Situation? Ich weiß es immer noch nicht. Hätten wir ihn fragen müssen. Ich glaube, er weiß selber nicht, was er macht. Also er war ein bisschen arg entspannt. Polter war ja jetzt auch nicht super in der Aktion drin. Also es dauert ja dann auch, bis er den Körperkontakt aufnehmen kann. Ja, was Maxi Dietz da durch den Kopf ging, ich weiß es nicht. Also das war dann, ja, der traurige Höhepunkt dieser ersten Halbzeit, irgendwie ein bisschen, mit der so komplett die Spannung gefehlt hat. Er braucht viel zu lang, vertändelt sich dann, löst es unsauber, schlägt den Ball nicht weg. Wie auch immer, kann er viel früher, wenn er den Ball ordentlich annimmt, er annimmt mit der zweiten, beim zweiten Kontakt der Ball wegspielen. Macht er nicht, dann kommt Polter noch irgendwie ran, hat natürlich auch ein bisschen den Körper, setzt ihn dann ganz gut ein, aber auch da kann ich mich besser wehren. Und dass dann im Endeffekt Maxi Dietz noch hinfällt und dann ganz blöd ausschaut, das hat die Szene eigentlich traurig abgerundet. Also schaut er aus, wie man immer so schüttelt sagt, wie ein Schuljunge, wie er da abgekocht wird, wie er die Situation löst oder zuhause nicht löst. Ganz schlimm. Ja, man kommt der Ball in die Mitte. 90 Prozent würde ich sagen, 90 Prozent Maxi Dietz, aber ich würde auch mit Nico Gieselmann da nicht ganz frei sprechen, also weil wirklich, wenn man die Szene sich anschaut, dann ist Gieselmann beim Zeitpunkt des Zuspiels relativ nah dran und plötzlich ist Philipp einfach einen Meter weg von ihm gefühlt und kann dann, also natürlich auch sehr guter Abschluss, aber kann dann auch unbedringt abschließen. Also vielleicht nicht 90 zu 10, sondern 95 zu 5 vielleicht in Prozenten, aber also es war wieder auch von der ganzen Defensive dann nicht gut. Von Maxi Dietz natürlich, das darf niemals passieren, aber auch in der Mitte für einen Europa League erfahrenen und Bundesliga erfahrenen Nico Gieselmann fand ich das jetzt auch nicht prickelnd, wie er da am Mann verteidigt hat. Das ist ja auch immer ein Thema beim Kleeblatt, das direkte am Mann verteidigen, was auch allen Netze unbedingt liegt in dieser Abwecke, der am ehesten ja noch Gideon Jung. Ja, dann stand es 1-0 und ja, können wir eigentlich die erste Halbzeit schon zumachen damit, denn der Vierter Flachpass, so wie dieser Podcast heißt, den gab es nicht zu sehen und schönen Fußball, für den es Kleeblatt mal stand, mit diesem Vierter Flachpass gab es auch nicht zu sehen. Ich finde, das ist neben der defensiven Anfälligkeit auch so eine erschreckende Zustandsbeschreibung nach diesen letzten, es waren dann ja zwei Halbzeiten gegen Elvisberg plus diese in Braunschweig, also drei Halbzeiten, drei Halbzeiten irgendwie gar keinen Fußball gespielt und das ist dann für eine Mannschaft, in der auch oft genug gelobte Fußballer wie Brandi Magutter, Julien Green und auch andere drin sind, auch eine alarmierende Erkenntnis, dass da so gar keine Strukturen erkennbar sind im Ballbesitz, keine Automatismen, also irgendwie, es gab sehr viel Vierter, ja, Langholz, Ballgeschiebe. Ja, Ballgeschiebe, das ist ja auch das, er hat es als halbgaren Ballbesitz Fußball bezeichnet, wenn man weiß, wie gerne er Ballbesitz Fußball mag, ist es natürlich klar, dass es so sieht, aber man kann ja auch, also Skipper hat ja auch schon bewiesen, dass es Aggressivität und gutes Spiel paaren kann, nur momentan ist man davon leider doch ziemlich weit entfernt und ja, das sah dann alles sehr statisch aus, also ich fand es minimal besser im Ballbesitz als gegen Elvisberg, aber es war halt auch gegen Eintracht Braunschweig, nochmal Tabellenletzter und am Ende war es dann doch oft der lange Ball irgendwie auf den Stürmer nach vorne und der irgendwie auch nicht wirklich, dafür gesorgt hat, dass man sich gut durchkombinieren kann oder am Ende mal gut durchkommt. Dann machen wir die erste Halbzeit zu, übrigens auch da, ich mache es mittlerweile immer ganz gerne, um mal Vergleichsparameter zu haben, zur Halbzeit waren es 96 Sprints und 57 gelaufene Kilometer, ist dann ganz gut, in der zweiten hat es einfach so weitergegangen, also es war ein bisschen mehr als das Doppelte von 96 Sprints, aber auch nicht allzu viel und es waren zwischen 112 und 114 Kilometern, also auch das, keine guten Zahlen und es hat dann auch zur ersten Halbzeit irgendwie gepasst, dass da halt die ganze Intensität, von der man ja eigentlich wollte, dass sie viel, viel besser wird, hat Alexander Zorniger in der PK vehement betont, dass es ganz andere Auftritt werden muss in der Energie, in der Intensität mit und gegen den Ball, hat man leider nicht gesehen, deshalb gab es auch drei Wechsel zur Pause, die beiden Stürmer schon angesprochen, ausgewechselt, Sebeni und Motika neu im Feld und dann hat sich noch Germain Konzbruch warm gemacht und ich dachte mir, okay, für wen kommt jetzt Konzbruch, wir haben ja gerätselt und jetzt Julian Green raus, komisch, Borset würde er auch nicht rausnehmen, er hat Nico Gießenmann ausgewechselt, unter anderem, weil Nico Gießenmann gelb vorbelastet war, aber nicht nur, klang auch ein bisschen so, dass auch die Geschwindigkeitsnachteile, die er dann hatte, dafür gesorgt haben, dass man dann doch Reno Münz auf die linke Innenverteidigerposition gezogen hat und Germain Konzbruch hat als linker Schiedensspieler gespielt, wir haben uns erst gefragt, wo sollte der jetzt spielen, wie spielt man jetzt taktisch, man hat taktisch einfach so weitergemacht mit Schumann Konzbruch auf der linken Schiene, auch eine neue Erkenntnis, dass er spielen kann, oder dass er es spielen soll, sagen wir es mal so. Ja gut, aber das war glaube ich dann nach acht Ausfällen doch die letzte verzweifelte Idee, irgendwie noch auf den Platz zu stellen, ich werde es irgendwie trotzdem anders lösen können, also man hätte auch Mutika dann so einen offensiven Roberto Massivo mäßigen linken Schienenspieler geben können und dann das im Mittelfeld irgendwie anders auflösen und Brandenburg gut dann nach vorne schieben. Ich glaube, das hätte dann schon auch Sinn ergeben, Germain Konzbruch jetzt auf der linken Schiene spielen muss, ja, dadurch hat man natürlich weniger geändert, obwohl die Statik gab es ähnlich im Spiel, also die konnte man auch nicht kaputt machen, so von daher hätte man schon auch anders probieren können, aber ja, gebracht haben die Wechsel jetzt auch nichts, also fünf Minuten Alibi, also Druckphase will ich es ja nennen, aber zwei, drei Aktionen im letzten Drittel vielleicht, mehr war es dann ja auch nicht wirklich, es gab glaube ich noch einen Schuss. Es gab einen Schuss von Julian Green direkt nach der Pause, das war auch der erste Schuss aufs Tor übrigens, also in der 47. und dann gab es noch mal einen nach dem schnellen Angriff von Dennis Erbeni, den er ja an der Mischung aus vorbeischlenzend vorbeischiebt am rechten Pfosten, aber da dachte man, okay, das wird quasi die Aufholjagd zur zweiten Hälfte nach der Pause, aber das blieben dann auch die einzigen wirklichen Offensivaktionen nach vorne. Und dann? Also Gideon Jungs Schuss, der auch sehr wichtig war. Ja, der hat ein Konter eingeleitet damit. Ja, den dann auch alle eingeschlafen sind und ich weiß gar nicht, wer ist denn Philipp? Philipp gegen Borset, ja, sehr viel Raum auf dem Feld, Philipp gegen Borset, natürlich auch ein ungleiches Laufduell, weil Philipp schon sehr schnell ist, da konnte man sich ja schon, also gut gehalten von Nahuel Noll und auch gut geklärt noch von Borset, weil er halt einfach geistesgegenwärtig durchläuft und den Ball noch von der Linie kratzt per Kopf, aber hat nicht viel gebracht, weil kurz darauf stand es trotzdem 2 zu 0 für Eintracht Braunschweig. Brandy Merikota hat bei Sky nach dem Spiel, habe ich nochmal vor dieser Aufnahme angeschaut, gesagt, das war zum perfekten Zeitpunkt, das 0 zu 2, kann man so sagen, nachdem das Kleeplan in der Drangphase kam, aber ja, da die Drangphase wahrscheinlich schon wieder vorbei war, auf jeden Fall fiel das 0 zu 2 und da müssen wir den, also ich würde ihn gerne loben, ich habe ihn auch am Samstag schon gegenüber mehreren Menschen Grüße an der Stelle gelobt reden und müssen, ich fand für das erste Zweitliga-Startelf-Spiel ein doch routinierter, routiniertes Spiel fand ich auch gut, aber da hat man dann schon gesehen, dass es eben, dass er noch einiges lernen muss, was bei einem 18-jährigen Verteidiger in seinem ersten Zweitliga-Jahr, oder erstes Herren-Jahr und erstes Zweitliga-Jahr jetzt auch nicht so überraschend kommt, aber ich fand ihn in einer schlechten Mannschaft noch einen der besseren, insofern, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass jemand dann da nicht mit untergeht, sondern sogar noch minimal positiv heraussticht, aber da leider hat man dann schon die Erfahrung und die fehlende Erfahrung und die Erfahrung auf der anderen Seite gemerkt, denn beim 0 zu 2 ist Rilo Münz zuerst zu weit weg oder nicht energisch genug gegen Ermin Bicakic, gut kann man jetzt sagen, da ist halt der Körper bei Eisen Ermin noch ein bisschen stärker, der macht dann den Kopfball, der an den Pfosten kommt, nein, wird er geklärt, ich weiß gar nicht mehr, ich hab's schon alles wieder aus meinem Pfosten, zweimal Pfosten, genau, Pfosten, dann Abpraller und dann prallt der Ball zu Rayon Philipp und dann steht Münz halt genau zwischen Bicakic und Philipp, also wenn er schneller schaltet, springt er halt dann, quasi nach dem Pfosten prallt noch zu Philipp vor, aber ich weiß auch nicht, wie die Zuordnung dann da sein sollte, denn Maxi Dietz steht irgendwie dann auch drei Meter von Philipp auf der anderen Seite, also da würde jetzt Münz die alleinige Schuld geben, aber man hat halt in der Situation gemerkt, dass er dann doch noch einiges lernen muss, aber wie gesagt, das würde ich nicht zu hoch hängen und natürlich nicht zu hart sein, denn das war der erste Startelf-Einsatz und dafür fand ich trotzdem vielversprechend, aber es stand dann 2 zu 0, zumindest stand es drei Minuten später, 2 zu 0, es war unerträglich, diese drei Minuten wie der VR-Einsatz und diese, wie bescheuert es mittlerweile aussieht, die Spieler warten die ganze Zeit, warten die ganze Zeit, der Schiri zeigt, dass es ein Tor gibt und dann im Vollsprint Rayon Philipp zur Heimkurve nochmal, also, nicht mein Fußball ist das mehr, also das ist wirklich nicht der Sport, den ich als Kind lieben gelernt habe, das ist katastrophal, aber auch nochmal so ein Wort, das man vielleicht auf dieses Spiel übertragen könnte. Ja, ich habe auch gar nicht gewusst, warum es auch so lange gedauert hat, also ich hatte ja auch relativ bald geschrieben, dass es eigentlich kein Abseits war, zumindest in der ersten Wahrnehmung, man weiß ja dann noch nie, was geprüft wird so richtig, ich glaube, was gab es im Braunschweig, hatten sie es eingeblendet oder haben sie sich nicht getraut, wieder einzublenden, was geprüft wird, weil es vielleicht wieder so viel war, aber ich hatte auch gar nicht gecheckt, was das Problem war, also Abseits war es eigentlich nicht. Aber es ging glaube ich nur um die Abseitsprüfung, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hat dann drei Minuten dauert, keine Ahnung, aber dann, ja, der Jubel auch, ich habe auch gar nichts mehr gecheckt, aber mir war es eigentlich, ja, dann relativ wurscht. Das ist doch schlimm, oder? Danach war es eh wohl, danach war es ja eh vorbei, bis dahin ging nichts, da haben wir gewusst, okay, das war ja fast ein bisschen die Erlösung, weil dann das letzte bisschen leichte Anspannung, was man dann doch vielleicht hat, dann schwinden konnte, nachdem Sebastian Polter ja in der ersten Halbzeit auch ein bisschen unfähig war, hätte ja auch schon noch ein Tor schießen können, müssen vielleicht. Ich habe es auch, im Stadion sieht man das ja quasi einmal diese Flanke und dann je nach Platz im Stadion sieht das ja auch dann gar nicht so nach einer großen Chance aus, aber den Kopfball, wie er den nicht reinmachen kann, weiß er wahrscheinlich bis heute nicht. Ja, es hätte da auch schon 2-0 stehen können, aber es war ja auch folgerichtig, dieses 2-0 dann, also weil die Eintracht dann auch wieder besser wurde, auch also. Ja, auf jeden Fall, also. Und das ist noch die schlimmste, das ist für mich tatsächlich dann mit die schlimmste Erkenntnis, dass es waren ja dann noch 30 Minuten zu spielen oder halt dann 27, aber plus 6 Minuten nach Spezial, also 33 Minuten noch zu spielen und irgendwie hat man so gar kein Aufbäumen verspürt, kein Stämmen gegen diese, ja das war ja mehr als eine drohende Niederlage, sondern gegen die quasi schon feststehende Niederlage und es gab ja auch nicht wirklich mehr Chancen, sondern stattdessen hatten die Braunschweiger noch bessere, unter anderem einen Ball von Gomez, der so leicht abgefälscht noch am Pfosten vorbeitudelt, einen Pfostenschuss noch, also es hätte ja auch 3 oder 4-0 ausgehen können und es wäre nicht unverdient gewesen nach der zweiten Halbzeit und auch da hat Alexander Zorniger mal wieder einen sehr netten Alexander Zorniger-Satz gesagt, den ihr hier exklusive hört, denn er war ja im Gespräch mit mir, er hat gesagt, wir haben schon den einen oder anderen Spieler, der mit Widerständen nicht auf dem Niveau umgehen kann, wie du es in der zweiten Liga machen musst. Puh, Chris, eine harte Aussage, aber die wohl leider zutreffend war und ist nach diesem Spiel. Das ist die Frage. Das ist ja die Frage, also wenn man dann auch die offensiven zwei Drittel der Mannschaft vielleicht anschaut, war es nicht so, dass da irgendwie Leute aus der Nachbarschaft hier gespielt haben, also das sind dann schon Leute, die ja auch den Anspruch haben, zu spielen. Ich meine, klar, man hatte dann seinen Pulver verschossen mit den Wechseln nach der oder zur Halbzeit, die ja auch gar nichts gebracht haben, also dann war klar, dass das nichts mehr geht, so ein bisschen die, ich weiß gar nicht, wann wurde der Kreis gemacht in der ersten Halbzeit nach halben Stunden? Nach dem 1-0 wurde der Kreis gemacht. Das kannst du ja auch schenken, also wenn da, da ist ja auch kein Feuer drin und nichts, vielleicht dann nur gesagt, komm Jungs, reicht nicht. Jetzt müssen wir mal besser machen. Ja, also so gefühlt schaut es ja auch dann immer so aus, da gibt es ja keinen, der immer auf die Kacke haut und sagt, also entweder sparen jetzt beide Arschbacken an oder wir lassen es jetzt halt. Und dann nach der 63. Minute hat man sich kollektiv dazu entschlossen, okay, weil beim Tabellenletzten gut, wenn man da 2-0 verliert, das kann schon mal passieren. Aber ja, also das ist ja auch ein Thema, was immer wieder, was da immer, immer wieder kehrt, dass da vielleicht besser die Lautsprecher auch fehlen, dass dann Brandenburg-Gotha alleine auch irgendwann überfordert ist und dann auch das Team nicht tragen kann, ganz allein, wenn nichts geht, dann ist es bei ihm auch so, dass er dann öfter mal den einen Kontakt zu viel dann noch nimmt. Die ganze Spielanlage war ja, also klar, Braunschweig hat gewusst, okay, momentan läuft es eh nicht so bei der Spielvereinigung, spielerisch, dann lassen wir ihn mal den Ball und dann muss ich aber irgendwann mal schauen, wie wir es, ich glaube, in der Woche zuvor angesprochen hatten, das muss ich halt mal für meinen Freund noch einen Lauf mitmachen und dann brauchen mindestens zwei oder zweieinhalb Leute die gleiche Idee und dann geht da schon was, aber wenn da auch offensiv keiner auslöst, wenn da keiner mal kreuzt, um den Weg im Rücken frei zu machen und die Leute alle nur abwarten und gucken, was passiert und dann am Strafraum entlanglaufen, ja, da werden keine Räume frei, also von alleine, wenn die Gegenspieler wahrscheinlich seltenst Spalier stehen, also passiert schon mal, aber jetzt nicht allzu häufig. Nicht auf dem Niveau? Ja, also es wird schon auch in der zweiten Liga teilweise Harakiri verteidigt, also in allen Stadien, aber so, die Anlage, das war ja gar nichts, also wenn ich da, da muss ich halt mal tief gehen, auch mal brotlos tief gehen und wenn dann zwei, drei Leute mal sich dazu entschließen, okay, wir reißen jetzt hier noch mal ein bisschen was, wir versuchen noch mal was, aber immer nur das, auf meinen Mitspieler zu warten und okay, vielleicht passt der, oder vielleicht passt der, jetzt zu mir und ich gucke immer nur und gucke und gucke und gucke und dann irgendwann gucke ich am Ball hinterher, weil der Gegner dann sagt, okay, ich gehe jetzt mal dagegen oder kommt ja eh nichts und Braunschweig hat ja mit den absoluten Basics gewonnen, also die waren ein bisschen aggressiv, auch nicht übermäßig, waren am Anfang relativ schnell da, haben zwei, drei lange Bälle in die Dekette gespielt, zwei, drei Linien durchbrechende Bälle, auch wieder immer mal in den Raum zwischen Ausverteidiger und rechter Innenverteidiger, linker Innenverteidiger, so und das hat ja gereicht, um das Spiel vor allem sämtliche Zähne zu ziehen und das kann ja nicht sein, also Braunschweig war jetzt auch nicht so, dass das zu erwarten war, dass sie jetzt hier groß ein aufspielen, was sie ja auch nicht getan haben, also das war jetzt keine übermäßige Leistung und ja, man kann überall fast wahrscheinlich mal 2-0 verlieren, aber es kommt halt auch immer ganz extrem aufs Wie an und das Wie ist nicht akzeptabel, also da muss es auch von außen dann Reaktionen geben, also meiner Meinung nach zumindest haben dann auch die Fans ein Recht auf Reaktion, ich bin gespannt, wie es weitergeht, gegen Düsseldorf muss es eine Reaktion geben, in Braunschweig gab es offensichtlich keine, gut, kann man so machen, das wäre jetzt nicht mein Mittel der Wahl gewesen, nach der, nach der Leistung, wie gesagt, da muss man auch immer die Leistung anschauen, man kann verlieren, aber wie gesagt, das Wie ist halt entscheidend und wir haben es ja auch schon länger angesprochen, die Defensive steht überhaupt nicht, auch bisher die Diskrepanz zwischen eine XG, die man gefressen hat und auch XGOT, die man gefressen hat, also einmal die Chancenqualität an sich und dann wie gut man noch abgeschlossen hat bei den Gegnern, da ist auch noch einiges an Luft und wenn das dann mal auch aufgeholt wird, dann sieht es ja noch düsterer aus, also wenn man in Gegend die hochwertigen Gegner spielt, die es auch schaffen, den Ball oder die Chance tatsächlich aufs Tor zu bringen, dann gute Nacht, also das waren jetzt keine Übergegner, gegen die man schlecht gespielt hat und jetzt muss es auch mentalitätsmäßig einfach eine Reaktion geben, so wie das bei Braunschweig war, die sich bis über die Basics zurückgekämpft haben, so muss es anscheinend bei der Spielverordnung auch wieder laufen, weil dann die Punkte, die man hat, die sind dann für die Gegner, die man bespielt hat, trotzdem dann vielleicht einfach zu wenig. Das wird man jetzt in den nächsten Wochen sehen, wie es jetzt wird. Man hat jetzt dann noch zwei Spiele vor der Länderspielpause. Genau, gegen den Ersten und den Dritten. Ja, Magdeburg hat das jetzt auch heute sehr gut gemacht gegen Kars, also am Sonntag sehr gut gemacht gegen Kars. Ich habe das angeschaut, war auch wieder brutal, wie die FCM im ganzen Stadion geschrien haben, bei ihrem Schal hoch und runter nehmen und wirklich egal auf welcher Tribüne einfach so viele Leute mitmachen und sich alles aus dem Leib schreien. Das beeindruckt schon auch. Und wenn die ein bisschen weiter machen und so gut spielen, puh, also da muss die Spielverordnung schon schauen, wie sie die Defensive sichert, wie sie dann auch am Mann wesentlich härter, energischer verteidigen muss, gerade gegen Magdeburg dieses Jahr mit ihrem tiefen Körperschwerpunkt. Entweder flach in die Tiefe spielen oder dann selber mal einen Gegner aussteigen lassen. Und ja, Herr Düsseldorf, da kann es wirklich sein, dass man irgendwie knapp 1-0 gewinnt, weil die auch dann trotzdem bis jetzt noch nicht so viel Offensive gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die waren jetzt auch gegen Köln schlechter. Da habe ich jetzt nicht so viel... Blöderweise gleichzeitig das Spiel, aber zumindest haben sie 2-2 noch in der 95. gespielt. Also sie waren natürlich nicht dem Sieg nahe. Also normalisch, aber die werden schon auch dann ein paar Leute mitbringen, stimmungstechnisch, wenn man jetzt tabellenmäßig von weit oben grüßt. Das sind Tabellenführer sogar noch. Ja, genau, da bin ich schon auch gespannt, wie das jetzt wird. Also das wären 2 Spiele, da kann es heiß werden. Da kann es aber dann auch stimmungstechnisch ganz schnell kritisch werden. Also da geht es dann nicht nur um die Ergebnisse, da geht es auch ganz klar um Leistung und dann wird man die Leistung bewerten und dann wird es dann vielleicht auch mal von außen anderes Feedback geben auf Nachspielen. Gab es ja schon beim letzten Heimspiel zumindest von der Haupttribüne, die er betont immer kritisch ist. Manche Verantwortliche der Spielvereine kann sich darüber auch pfleglich aufregen, aber da gab es ja schon erste Leitspiffe gegen Elvers Wacken, da irgendwie so gar nichts funktioniert hat, wenn man zum 34. Mal den Ball von der Mittlinie zum Torwart zurückgespielt hat, weil man irgendwie keinen Mut und keine Idee hatte im Spiel mit dem Ball. Jetzt dieses Spiel nochmal, das natürlich auch viele gesehen haben, wenn auch nicht viele in Braunschweig, aber das auch die meisten Förderinnen und Förder auch gesehen haben werden. Deswegen, wie du sagst, das braucht da einen Umschwung und wie gesagt, du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet, die Daten sind ja nicht gut, sondern sie sind an den Wochenenden nochmal schlechter geworden. Also halt auch, wir haben oftmals jetzt hier über diverse Metriken wie die Expected Goals und die statistisch erwartbaren Gegentore, also die Expected Goals ergänzt gesprochen. Das Clip hat jetzt in sechs Spielen laut Statistik 13,1 Expected Goals, also man hätte 13 Tore kassieren müssen laut der Chancenqualität der Gegner. Über zwei pro Spiel, man hat dann nur sechs kassiert, deshalb man da gerade einen Wert von sieben hat, also minus sieben, man hat sieben weniger kassiert, als man hätte kassieren müssen. Sowohl die 13,1 als auch die sieben sind der größte Wert der zweiten Bundesliga, also das Clip hat nach Expected Goals ergänzt die schlechteste Defensive der Liga und hat gerade noch mit das meiste Glück der Liga oder sogar das meiste Glück der Liga, weil das kann man nicht nur auf gute Verteidigungsarbeit dann auch vor dem Tor münzen, also ja, da in Regensburg gab es gute Rettungsaktionen von Simon Aster zum Beispiel, da hat man auch den Willen gesehen, das Eigentor zu verteidigen, aber diese große, also dieses Gebranz von sieben, wenn man dann, Statistiker sagen gerne die Regression zur Mitte, letztes Mal schon hier erwähnt, wenn man die mal da dazunimmt, dass sich das irgendwann annähert, das hat sich jetzt in diesem Spiel in Braunschweig schon angenähert, dann ist das keine gute Erkenntnis, Ulm hat 12,1 und Braunschweig 11,1 statistisch erwartbare Gegentore, die haben dann mehr kassiert, ja, aber trotzdem hat das Gebranz erstmal so dem Gegner, also ihren sechs Gegnern, erstmal die meisten Tormöglichkeiten oder die hochkarätigsten Tormöglichkeiten aller Zweitligisten ermöglicht und das ist keine, keine wirklich gute Erkenntnis, wenn wir jetzt gerade dann schon bei die Spiele gegen die Spitzenmannschaften der zweiten Liga kommen, und ja, da sprechen wir noch gar nicht vom HSV, der halt dann mit Glatzl und Davy Selke kommt, mit zwei quasi erfahrenen Bundesligastürmern, die das wahrscheinlich auch nochmal anders nutzen, aber kriegst du auch noch mehr herausgesucht, zum Beispiel die Schüsse innerhalb des Strafraums, das ist ja auch wieder, also man gestattet dem Gegner auch sehr viele Abschlüsse innerhalb des Strafraums, wo die Chancenqualität dann ja auch steigt natürlich, das ist näher aus 10 Metern als aus 18 Metern aufs Tor zu schießen. Das ist auch ein bisschen witzig, aber man gerade einen super guten Vergleich hat, weil man gleich viele Schüsse, also man hat selber gleich oft geschossen wie der Gegner, also 92 Mal gab es Schüsse jeweils auf das Gegner, oder in Richtung des Gegners Tor und auf das eigene Tor und davon hat die Spielvereinigung 54 aus dem Strafraum abgegeben und halt aber 68 aus dem Strafraum zugelassen und die Diskrepanz ist ja riesengroß, also das zeigt einerseits, dass man offensiv es einfach nicht schafft, sich in den Strafraum das Gegner reinzukombinieren. liegt natürlich auch wieder daran, dass Julian Green relativ viel spielt und er sich auch diese Fernschüsse immer wieder genehmigt, aber das bestätigt ja auch dieses Bild, das man da momentan hat, dass es einfach offensiv ein bisschen ideenlos ist, dass man zu häufig den Fernschuss wählt und dann auch also 68 zugelassene Schüsse aus dem eigenen Strafraum ist ja auch extrem viel, wenn man das sich prozental anschaut. Ja, elf pro Spiel. Elf pro Spiel, ja, das ist krass, also auch die Chancenqualität, die Schüsse, die man sich nimmt, es ist einfach viel zu schlecht momentan und wie gesagt, ja, es bleibt dabei, man hat halt in aller An- und Abführung dann trotzdem nur gegen Preußen, Münster, Regensburg, Elversberg und Heilbraunschweig gespielt und die Daten sind schon überhaupt nicht gut. Also, es muss jetzt besser werden, sonst wird es dann mit besseren Gegnern noch viel schlimmer und dann schaut es wirklich irgendwann nochmal ganz so rosig aus. Also, ich bin da gespannt, was vielleicht auch dann die Länderspielpause wieder bringt. Das ist ja dann wieder ähnlich zum letzten Jahr, Länderspielpause und dann das Duell mit dem Nachbarn, mit dem sie vielleicht dann sich wieder einige Sachen gerade rücken lassen. Aber momentan sieht es eher nach dem Duell der Mittellosen aus, zumindest fußballerisch Mittellosen, also, dass da Mittelfranken gerade so zusammengespielt wird, ja, schön ist es nicht. Die Mittellosenfranken. Die Mittellosenfranken, ja. Also, es ist wirklich krass. Ja, man hat jetzt, man war jetzt lange ungeschlagen, aber die Daten sprechen für sich. Also, man hat jetzt gegen Brautstein, gegen die Tabellenletzten trotzdem die XGOT, also, die Schussqualität, wie die Schüsse dann aufs Tor kamen, von 0,03 im ganzen Spiel, das war dieser eine Schuss von Schuhen Green. Der aber auch sehr zentral war. Ja, eben, also 0,03, 3% Torwahrscheinlichkeit im ganzen Spiel. Das ist ein bisschen arg wenig. Aber es bestätigt ja den Eindruck, den man hatte. Also, ja, der Schuss von Massimo war gefährlich. auch 0,17, also, aber er geht halt vorbei. Genau, deswegen zählt er ja auch nicht rein in diese Statistik. Also, das ist einfach, es ist einfach nichts und deswegen, deswegen war es auch so schlimm, weil das einfach 90 Minuten, 180 Minuten einfach jetzt nichts war gegen zwei machbare Gegner. Also, das muss man jetzt auch mit nochmal mit dazu sagen, Elversberg hat jetzt zu Hause gegen den bislang auch sieglosen Aufsteiger SSV Ulm 1 zu 3 verloren. Also, dafür, dass man sagt, das ist diese wahnsinnig, also, gefühlt hat er ja für das Kleeblatt gegen Prime Barcelona gespielt, so wie mancher über Elversberg sprach, relativiert sich jetzt ein bisschen, weil Elversberg hat sechs Punkte aus sechs Spielen und hat gegen Ulm zu Hause verloren. Also, ja, sie haben das taktisch gut gemacht und ich bin immer noch ein, solange man das ein schönes sein kann, Fan der SV Elversberg, wie sie es überhaupt machen mit ihren beschränkten Mitteln und wie gut sie ihren Weg durchziehen und dass sie auch da den Mut haben, Fußball zu spielen, guten Fußball zu spielen, aber es auch kein Gegner, gegen den man jetzt Angst haben muss, hat wahrscheinlich der SSV Ulm auch nicht gehabt und hat er dann gewonnen. Und dieser Gegner war dem Sieg gegen den Spielfang ja deutlich näher, aber müssen wir jetzt nicht vertiefen, haben wir ja letzte Woche schon gemacht. Ich habe auch noch zwei andere Statistiken, die offensichtlicheren, die man auch gleich sieht, 112 Kilometer waren es, Laufleistung. Alexander Zondegger hat gesagt, wenn ich heute sehe, 112 Kilometer, das geht einfach nicht. Da kann man nicht nur sagen, Asta war nicht auf dem Platz, das heißt nämlich, dass jeder einzelne 500 oder 700 Meter weniger gelaufen ist, als er eigentlich müsste. Auch da wird man wahrscheinlich relativ klar aufzeigen können in der Analyse des Spiels, wo womöglich auch ein Problem gelegen hat. Denn also 112 Kilometer, wir haben es schon mal gesagt, Alexander Zorniger hat mal postuliert, in seiner Spielweise könne man nicht unter 120 Kilometer laufen. Hm. Da fehlen dann acht. Und Sprints waren jetzt auch nicht so viele. Also, ja, es waren 47 Sprints weniger, oder wurde es mal korrigiert? Ja doch, 47. 207 zu 254. Also 47 Sprints weniger als der Gegner. Da sieht man das ja auch, dieses Mehrwollen, dieses Aggressive. Und ja, das ist auch wieder so eine Stammtisch-Aussage, wie man hier denkt, die anderen haben es mehr gewollt. Aber vielleicht passt es halt doch besser da zusammen. Also manchmal hat das sowas ja auch ein Fünkchen Wahrheit, wenn halt ein Gegner einfach giftiger ist und, wie du schon sagst, mit diesen absoluten Basics mit Laufen ein bisschen Aggressivität die Spielfahrung ja schon komplett aus dem Spiel nimmt. Es gäbe noch weitere Statistiken, aber die erspare ich euch jetzt. Zum Beispiel Luftzweigkämpfe Braunschweig 70 Prozent gewonnen, die Spielfahrung 30. Dann sollte man vielleicht nicht so viele hohe Bälle spielen nach vorne, denn das bringt nichts. Ohne Zielspieler ist das wenig zielführend. Ja, und auch da hat mir ein Hörer geschrieben, wenn man dann in der Luft zu unterlegen ist, warum Damme Michalski so gar keine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt die wichtigste Frage vor dem Spiel gegen Düsseldorf ist, aber ja, kann man vielleicht auch mal sich fragen, also weil ja auch von Rashida Sousi betont wurde, man ist ja froh, dass man dann noch einen Kopfballstarken und resoluten Zweikämpfer auf der Bank sitzt, nachdem er jetzt nicht gegangen ist im Sommer. Ja, auf der Bank kann man nicht allzu viele Kopfballduelle gewinnen. Da kommt der Ball nicht so oft hin. Ihr merkt schon, heute ist manches nur mit ein bisschen Sarkasmus zu ertragen. Aber dann machen wir jetzt dann einfach mal die Statistikecke und Statistikblock zu und dann habe ich hier noch zwei Punkte stehen, Chris. Düsseldorf, was machen wir da jetzt? Was macht das Kleeblatt? Spielt man wieder mit der Dreierkette? Ich glaube, zu Hause schaut man da ja immer ganz gut aus. Gegen Düsseldorf schon? Ja. Man sah bis dahin auch in Braunschweig immer gut aus. Gegen Braunschweig, ja, das war auch mein Hoffnung eigentlich. Aber ja, vielleicht den Ansatz, wie oft, es macht aber wirklich einfach keinen Bock, alle paar Monate immer die gleichen Dinge zu wiederholen. Das hat mit Entwicklung auch ein bisschen arg wenig zu tun. Aber vielleicht bleibst du dabei, wenn ich das ordentlich mit fünf Mann verteidigen kann, warum versuche ich es nicht mit vier und ich schiebe eine ins Mittelfeld und schaue, dass ich da ein bisschen mehr gebacken bekomme. Wäre vielleicht auch ein Ansatz. Bei mir steht hier 4-4-2. Ich habe ja im letzten Spiel, vor allem im letzten Spiel in der PK nachgefragt, ob das eine Möglichkeit wäre. Alexander Zornenker hat gesagt, die Systematik ist nicht das Problem. Ja, Alexander Zornenker hat als Fußballtrainer mehr Ahnung als wir vom Fußball. Aber so als naiver Laie von außen denke ich mir, ja, wenn man drei Innenverteidiger aufstellt, dann macht man das ja, um defensiv gut zu stehen und manche wie du sagst mit drei Defensiven gar nicht gut, was ja auch diese 13 Expected Goals ergänzt zeigen. Also nicht nur natürlich, da gibt es auch andere Gründe dafür und in anderem das nicht funktionierende Anlaufen. Aber puh, dann mach doch mal wieder ein bisschen Offensive. Es hat ja geklappt, also zum Beispiel, ich erinnere mich nur an so ein Spiel in Wiesbaden. Das hat offensiv sehr gut ausgesehen, defensiv nicht, aber es sieht jetzt gerade defensiv und offensiv nicht gut aus. Insofern wäre es ja schon mal, wenn es in einem Punkt dieser beiden eine Besserung gäbe, wäre ja schon mal ganz schön. Aber ja. Die Frage, wer auch zur Verfügung steht. Klar. Ich meine, vielleicht fängt man auch gern ein bisschen fehlende Körperlichkeit, dass man eben nicht diesen Innenverteidiger oder auch Gelernten, ich bin Innenverteidiger, seitdem ich sieben Jahre alt bin, weil ich schon immer zehn Zentimeter und fünf Kilometer schwerer war als alle anderen, zehn Zentimeter größer war. Vielleicht fängt man das auch gerne dann damit auf, dass man halt einen mehr hat, um dann zu doppeln oder es zumindest zu versuchen, weil man halt eben diesen Gelernten Innenverteidiger überhaupt gar nicht auf dem Feld hat. Also es war ja jetzt wieder so. Maxi Dietz kam als Sechser, Gied und Jung ist beim HSV immer oder halt er wurde als Sechser-Profi, hat lange Sechser gespielt und ja, Nico Giesemann ist auch kein gelernter Innenverteidiger und davor... Renumünz, der war aber Außenverteidiger. Ja, der ist gelernter Innenverteidiger, aber ansonsten auch Luca Itta ist kein gelernter Innenverteidiger. Da natürlich trotzdem, ja, ich... die sind besser als auf ihrer anderen Position und trotzdem, aber auch Marco Mayhöfer, der hat trotzdem eine super Saison gespielt bis jetzt, aber auch kein gelernter Innenverteidiger. Ja, vielleicht muss da... Vielleicht... Ich kann mir vorstellen, dass da im Winter dann auch mal was passiert, dass man vielleicht gesagt hat, okay, geht's so, aber holt man sich doch jemanden ran mit ein bisschen mehr Qualität noch und der dann einen bisschen besseren Fuß hat als Damian Michalski und vielleicht nicht ganz steif ist und irgendwie nicht rennen kann, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dann im Winter das angesparte Geld, das man dann doch zur Verfügung haben sollte für Transfers. Da würden dir jetzt einige widersprechen. Ja, nee, das ist ja klar, also Anton Stach, Jeremy Develing und sonst, also man hat ja, der hat ja mal nichts ausgibt. Gut, manchmal gibt man was aus, wenn Jeremy Dutzek und dann ist man von 0 Euro wieder ziehen, aber andere Geschichte, aber man hat ja auch Geld ausgegeben für Sascha Bonsee und Unmengen Noel Fudkoy und auch für eine Mani Amotica im Übrigen, eine Leihgebühr, wie mir versichert wurde, hat Spielfang auch noch bezahlt. Von 100.000 Euro, nehme ich an. Auch nicht fett, auf jeden Fall, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es eine halbe Million Leihgebühr für ein Jahr kostet, das wird ganz sicher nicht so gewesen sein. Von daher hat man noch was in der Hinterhand, ganz sicher, da kann man vielleicht dann auch reagieren. Aber, also das ist ja auch so eine Sache, dass man einfach keine gelernten Innenverteidiger hat. Man kompensiert das irgendwie durch andere Sachen, aber manchmal alle paar Monate ist es vielleicht doch so ein Thema, weil man diese Stabilität einfach nicht reinbringt. Vielleicht muss man es auf andere Wege dann schaffen durch neue Impulse. Auch eben, ja, von einfach Spielern, also. Du meinst, man bräuchte Verteidigungsmonster. Ja, vielleicht schon, also zumindest einen halt oder zumindest die Option, die zu haben, weil ich muss auch gestehen, wir haben uns ja auch dann am Freitag gerätselt, okay, wie stellt man denn dann die Defensive auf? Wenn da mehr an Michaels geht, der war, glaube ich, in keiner meiner Optionen mit drin, weil ich ihn einfach komplett vergessen hatte, dass er noch da ist. muss ich auch, so ehrlich kann ich auch sein, da war bei mir jetzt auch keine Option und in meinem Kopf schon irgendwie abgeschrieben. Vielleicht geht es Alexander Zorniger auch so. dann denkt er sich nach, ob da wäre noch einer gewesen. Ja, stimmt, scheiße, aber das ist mir schon öfter mal passiert, dass auch bei Kermitschein Nullo war ich nicht immer sicher, ob der noch da ist. Letzte Saison, weil er manchmal dann auf der Tribüne war oder irgendwie nicht oder irgendwo und nur nicht irgendwie am Feld oder am Platz. aber ja, also ist vielleicht auch so eine Sache, dass man sagt, ich will da trotzdem die drei ganz hinten mit drin haben, weil ich dann irgendwie doch schauen muss, dass ich da vielleicht besser doppeln kann oder meine Räume besser im Griff habe, wobei ich, ja, ich habe es ja nicht im Griff, also vielleicht kann man es irgendwie versuchen, dann offensiv zu kompensieren, weil da ja auch viel fehlt. Ein Ansatz war ja auch zu sagen, okay, dass dann in Braunschweig viel von der Stammsubstanz gefehlt hat, weiß ich nicht, also meine, mein ganz klares Skelett für die Saison war trotzdem auf dem Platz, also Gilles Jung war auf dem Platz, gut, Max Edith ist momentan schlecht, aber war jetzt schon jemand, der eigentlich Stammspieler ist, dann im Mittelfeld, Brossé, der noch ein bisschen braucht, aber es trotzdem gut gemacht hat. Gilles Green hat gespielt, Brandenburg-Gurter hat gespielt und vorne, Noel von Köln hat auch gespielt, also so meine, die Achse war ja eindeutig da und die Leute, die auch so viele Spiele Minuten sammeln sollten, haben da schon gespielt also die Ausrede lasse ich jetzt auch nicht so unbedingt gelten, aber wen würdest du denn aufstellen für das 4-4-2? Tatsächlich, ich habe es mir hier schon mal notiert, je nach Fitnesszustand, ich weiß nicht, wie schlimm die Verletzung von Simon Aster ist, aber nachdem Marco Meulhofer ja auch eher der klarere Viererkettenverteidiger ist und Simon Aster, ja, die Intensität, die hat auch gefehlt und ja, es gibt genügend Hörerinnen und auch, nicht Hörerinnen, aber halt Leserinnen meiner Texte, habe ich schon oft gehört, wie Simon Aster nicht so gut finden, wie in Alexander Zorniger findet, wie wir ihn womöglich auch finden, auch wenn wir ihn ja auch schon immer wieder kritisch erwähnt haben hier, aber man hat jetzt dann wieder gesehen, er fehlt trotzdem, wenn er auf der rechten Seite irgendwie nicht da ist, also das hat, dieses Element hat schon gefehlt, zumindest mit den Sprints und der Intensität, aber in einer Viererkette, Meierhöfer, ja, geht und Jung dann als rechter Innenverteidiger und dann hoffe ich, dass Luca Itter nach einem Schlag aufs Knie, dass die Physios da ein bisschen gute Arbeit leisten, Luca Itter und dann Gieselmann oder Münz, also eine erfahrene und auch auf Stabilität bedachte Viererkette, fände ich jetzt nicht allzu schlimm, also das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert, denn es gäbe auch die Möglichkeit, dann Roberto Massimo auf rechts oder links außen einzusetzen und eine Manier Motica, der laut einer Datenanalyse auch seine Stärken auf der Außenbahn hat, auch auf der Außenbahn einzusetzen, dann könnt ihr in der Mitte mit Borsé und Green spielen und dann vorne mit entweder Fudkoy unter Gota oder Sabini unter Gota spielen, wobei Noel Fudkoy vielleicht auch mal es gut vertragen würde, mal auf der Bank zu sitzen. Das wäre zumindest eine Mischung aus Ballbesitz, spielerischer Qualität, aber auch Dynamik über die Außen für mich eine Viererkette, die ich mir vor, oder ein 4-4-2, beides mir vorstellen könnte. Oder habe ich da irgendjemand ganz Wichtiges vergessen, der unbedingt auf dem Platz stehen muss? Ich finde nicht, dass Maxi Dietz unbedingt auf dem Platz stehen muss gerade. Nee, der muss sich erst mal wieder finden. Bis jetzt den Übertrag aus der letzten Saison dann nicht geschafft. Die verletzt dann keine Vorbereitung. Olympia, der hat ihm, glaube ich, mir hat es für die Saison jetzt nicht gut getan. Für sein Leben bestimmt auf jeden Fall. kurzfristig jetzt sportlich erstmal sicherlich nicht. Aber ja, nee, er braucht Metz dann eigentlich nicht auf dem Platz. Ansonsten, ja, kann man schon bestimmt zu machen von dem Manja Multica, muss man auch mal schauen, was da kommt. bis jetzt wieder. Er hat einiges versucht, aber hat jetzt auch nicht den großen Unterschied gemacht, ja, wie es keiner gemacht hat. natürlich auch undankbar in einer nicht funktionierenden Mannschaft dann den Unterschied ausmachen zu müssen. Also ja, wenn er das Jahrhunderttalent ist, das er damals bei Bayern anfangs mal galt und so und auch als Rotterstein Belgrading verpflichtet hat, hieß es, eines der größten Talente sogar im europäischen Fußball hätten sie verpflichtet. Klar, Vereine machen PR, schreiten dann manches womöglich mal etwas blumiger als es ist, aber er galt und gilt ja immer noch als sehr großes Talent. Und ja, ich fand, man hat auch dann teilweise in so kleinere Aktionen gesehen, dass sich den Ball mal klug erobert hat, unter anderem bei einer Chance, die Roberto Massimo dann vergeben hat oder bei der er viel zu lange gewartet hat in Braunschweig. Und ich würde gerne einfach mal dieses Element sehen mit diesen beiden Mottica und Massimo auf den Außen, auch in einer offensiveren Rolle, dass sie vielleicht nicht die ganze Zeit, wie es bei Roberto Massimo leider, finde ich, immer wieder ist, dass er nach vorne wird und sich denkt, ah, der Trainer hat gesagt, ich muss auch die Defensive mit bedenken und dann gebremst wird, wie bei diesen Sprints. Man kennt die Bilder, wenn die Gurte und die Seile umhängen haben. So sieht das teilweise ein bisschen aus. Und wenn er dann eine etwas freiere Rolle noch hat und dann vielleicht auch seine Geschwindigkeit mal mehr ausspielen kann, nach vorne noch öfter ins Dribbling gehen kann, auch das war ein Problem, was Alexander Zornegger bemängelt hat, dass man nicht oft genug ins Dribbling gegangen ist, weil die Braunschweiger jetzt ja auch, also ja, sind alles gute Zweitligaspieler, aber halt auch jetzt keine Verteidigungsmonster, wie der Trainer mal gesagt hat. Da kann man sich auch mal zutrauen, ins Dribbling zu gehen und kommt halt dann jedes zweite Mal vorbei. Würde ich gern sehen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal frage in der PK. Die Antwort letzte Woche war ja eindeutig, aber ich würde es mir einfach wünschen. Vielleicht, wenn wir einfach überrascht und am Freitag klappt es so. Oder würdest du anders aufstellen? Mach es auch nicht. Kannst du vielleicht würfeln im Negativen momentan und hoffen, dass es irgendwie passt, weil so richtig Ansätze, ja, man kann es sicherlich so versuchen. Ich denke, ich weiß nicht, auf jeden Fall, das ist auch ganz komisch, aber jetzt am siebten Spiel, da muss man fast schwer in die Köpfe reinkommen. Das ist doch auch keine gute Erkenntnis. Nee. Braucht das wieder eine Aussprache? Wir haben doch gesagt, die Saison kann nur gut werden, wenn es mal keine Aussprachen gibt. Keine vier, zwei intern und zwei extern. Ja, der interne vielleicht, also so kann es nicht weitergehen. Also der Trend, der ist zwar ein kurzfristiger Jahr, aber wie schnell das oder wie weit auch jetzt gedanklich dieses Regensburg-Spiel schon wieder weg ist, das ist brutal. Drei Wochen und Lichtjahre. Ja, also die... Gleichermaßen. Wie gesagt, am Anfang dieser Spannungsabfall ist enorm, auch schlecht zu erklären und auch einfach zu groß und da braucht es jetzt sicherlich eine Intervention, weil so kann es nicht weitergehen, weil ich glaube, das ist jetzt der Ansatz momentan, das ist wenig viel, wenig erfolgsversprechend, muss man ganz klar, aber auch die Mannschaft da in die Pflicht nehmen, weil, also, wenn das offensichtlich dann so ist, dass ich jetzt nicht 100 Prozent Bock habe, dann passt irgendwas nicht und das muss sich schleunigst ändern, weil ich glaube, man kann es ja besser, das ist ja klar, das weiß ja jeder, die Qualität ist da in der ersten Elf und mittlerweile auch mit den Wechseln, aber wenn da so gar niemand funktioniert, dann ist das schon sehr, sehr komisch und auch gegen die Tabellen letzten, die man sich da jetzt präsentiert hat, das geht so nicht und ich bin einfach auf die nächsten beiden Spiele gespannt und es kann jetzt entweder ganz schnell wieder ganz gut gehen, weil man ja zu Hause immer noch braucht man jemandem Angst haben, da kann man weiter auch so reingehen, auch gegen Fortuna Düsseldorf, gegen die man ja trotzdem, wie gesagt, immer gut ausschaut, die jetzt auch noch nicht offensiv Feuerwerke abgebrannt haben, die man zu Hause dann sicherlich auch gut bespielen kann. Ich bin mal gespannt, wie es dann so stimmungstechnisch wird, ob man da wieder mehr bewegen kann. Es ist ja ein Freitag gespielt, da ist die Stimmung immer schon mal besser. Ja, das stimmt, da ist die Stimmung wieder besser, mal schauen, hoffentlich ist bei den ganzen Schlachtenbuben da nichts hängen geblieben, weil das Gefühl hätte man sich ja fast schon entschuldigen müssen oder hätte es jetzt nicht verkehrt gefunden, wenn man da auch nochmal die Richtung gefunden hätte, weil es ist schon brutal, also da fährst du so weit nach Braunschweig und musst dann das sehen und musst wieder nach Hause fahren. Das fand ich schon krass, aber ... Ja, wobei das aber ein Thema ist, das es bei der Spielfahrung eigentlich auch nicht gibt. Ich hatte immer nach diesem massiven Ausfall aller Systeme Spiel, jeder weiß wahrscheinlich, was gemeint ist, das Spiel in Rostock damals, dieses 0-2, das auch, fand ich ähnlich, katastrophal war wie dieses jetzt. Damals gefragt, ob das denn irgendwie so in der Mannschaft ist es sich bei den Fans, die auch 700 Kilometer fahren, da irgendwie zu entschuldigen und diese Frage kam so, war so völlig für manchen, hä, wo kommt die denn jetzt her, so völlig unerwartet. Also ich glaube, das hat dann manche gar nicht den Blick, weil wenn das dein Beruf ist, dann ist das für dich normal, du bist alle zwei Wochen irgendwie unterwegs oder fliegst womöglich sogar dann dahin, aber das hat da Menschen, es gibt dir irgendwie 100 Euro ausgeben und morgens um 5 losfahren und dann 15 Stunden unterwegs sind für so ein Spiel oder noch mehr, das vergisst man womöglich dann gerne mal und ja, mancher hat sich auch gewundert, mancher verantwortlich, warum der Gästeblock so leer war in Braunschweig. Ja, im Nachhinein war er zu voll für die Leistung, aber gut, das wird sich glaube ich in Fürth auch nochmal ändern, also 2200 in Braunschweig und dann gefühlt 220 ein Zehntel in Regensburg und dann 220 in Braunschweig, also ja, ist zwar auch viermal so weit, aber trotzdem, bei anderen Vereinen ist das ja auch anders, aber gut, das müssen wir jetzt heute nicht auch noch ausdiskutieren und auch die Begeisterungsfähigkeit, die du vorhin bei Magdeburg zum Beispiel genannt hast, im Vergleich zur Begeisterungsfähigkeit in Fürth, müssen wir jetzt auch nicht mehr in dieser Folge ausdiskutieren. Es wäre schön, wenn da etwas mehr Begeisterungsfähigkeit da wäre, aber ich habe noch der Vorständigkeit halber, nachdem wir gerade über Mannschaften oder eine Mannschaft gesprochen haben, die den Negativ-Trend stoppen muss, die U23 hat es getan. Sie hat 1-0 gegen Schwaben Augsburg gewonnen dank eines Treffers von Daniel Adlung. Ich kann nicht da viel dazu sagen, denn das Spiel war ja zeitweise zumindest parallel. Mancher, der mir gut bekannt ist, ist dann noch hingefahren zur zweiten Halbzeit. Zumindest hat man 1-0 gewonnen, mal wieder ein Sieg nach etwas schwierigeren Wochen. Dennis Paffenhuter mitgespielt hat nicht das Tor gemacht, sondern wie gerade schon erwähnt, Daniel Adlung und Moritz Schulze stand noch im Tor. Ich kann mir vorstellen, dass wir wirklich auch andere hätten spielen sollen, aber dann der Kader ja doch eher ausgedünnt war. Also Matti Wagner hat er noch sehr dankbar beim Stand von 0-2 beim Tabellenletzten sein Profidebüt für die Spielvereinbarung gefeiert. Ja, schön, dass er es machen konnte, aber ich glaube, er hätte sich schönere Momente vorstellen können. Und auch Leander Pop war ja dabei auf der Bank, aber hat auch wieder nicht mitwirken können dürfen. Die U19 hat am Freitag 2-0 gegen Jan Regensburg gewonnen, habe ich mir angeschaut, das Spiel an der Charlie-Mai-Anlage, um mir auch mal Jakob Engel anzuschauen, der letzte Woche hier schon Thema war, der Kapitän der U19, der im Profitraining seit einigen Wochen ist. Fand ich, hatte ganz gute Ansätze gezeigt, relativ dynamisch, so von der 6-8 immer wieder auch nach vorne gestoßen, also das sah schon gut aus. Ich kann mir auch jetzt nach dieser Betrachtung, die ich mich mal ein bisschen näher angeschaut habe, auch gut erklären, warum Alexander Zorniger ihn sehen will. Das hier Spiel der Typen hat man ja nicht allzu viele im Kader, aber da hat man schon auch gemerkt, warum er noch in der U19 spielt und noch nicht bei den Profis fest oben dabei ist, sondern braucht er natürlich auch noch ein bisschen Zeit, ist aber auch vollkommen in Ordnung. Er war für mich da der beste Spieler bei der Spielvereinigung, hat man schon gesehen. Jonas Valentin hat zwei Tore gemacht, als auch ein Stürmer, der zweimal getroffen hat. Man hat zu Null gespielt, aber man muss auch sagen, Jan Regensburg war jetzt ja, sagen wir mal, ähnlich gut wie Jan Regensburg in der 2. Liga. Also das setzt sich bei denen dann von den Profis in den Nachwuchs fort. Der Nachwuchsliga und deswegen war es ein wichtiger Sieg für die Spielvereinigung, denn die war zuvor Tabellenletzter. Also zwar nur aufgrund des Torverhältnisses, aber man hat sich da jetzt ein bisschen nach oben gerobbt in der Tabelle und die U17 hat sich nicht nach oben gerobbt, denn die hat gegen Jena verloren. Auch seltsam, nachdem man eine Woche zuvor 5 zu 1 gegen den Tabellenführer gewinnt, verliert man dann gegen den Nachwuchs von Carl Zeiss Jena. Aber kann ja auch mal passieren, ist nur Nachwuchsfußball. Wollte ich der Vorständigkeit halber hier noch erwähnt haben. Chris, und jetzt noch eine Überraschungskategorie für dich, die dich unvorbereitet trifft, aber du hast vorhin schon erwähnt, wir freuen uns alle. Am Samstag beginnt die Kerber und nachdem wir keine Folge mehr von dem Kerberbeginn haben, wiederholen wir eine beliebte Kategorie aus dem Vorjahr. Was muss jeder Hörer und jede Hörerin des Vierter Flachpass gegessen haben am Samstag, Sonntag bis zur Aufnahme der nächsten Folge des Vierter Flachpass? Top 3 Kerberfood. Langosch. Aber für mich immer Langosch, ja, ohne Käse. Ohne Käse? Mit Knoblauch oder Paprika? Paprika ohne Knoblauch. Und Sauerrahm oder kein Sauerrahm? Und Sauerrahm, ja. Es ist einfach nur Sauerrahm, Paprika reicht. Aber bei mir steht da auch Langosch, aber da steht bei schneller Langosch. Ich finde den irgendwie besser als dieses. Es gibt ja die diversen Langosch-Stände, bei denen er sehr fluffig ist. Da gibt es ja unter anderem Janosch heißt er, glaube ich, und den Langosch King. Ja, die Mehrzahl der Menschen isst sie noch dort. Ich würde einfach mal sagen, probiert mal bei schneller Langosch, der ist etwas fester. Habe ich ja letzte Zeit ja schon mal erwähnt, aber schmeckt etwas anders. Ich sage dann auch mit Paprika, Käse und Sauerrahm und frischen Kräutern obendrauf als Topping. Kann man essen? Also sind wir uns schon mal einig, Langosch muss sein, entweder am Samstag oder am Sonntag auf der Kerber. Zweitens? Also mit alles an einem Tag vielleicht. Kommt drauf an, also. Je nach Hunger. Je nachdem, wie oft oder wie oft man auch geht. Also Samstag zum Beispiel kann man ja vormittags und abends, werden sicherlich viele machen, vormittags, mittags und abends dann nochmal gehen. Aber das Wetter soll nicht gut werden. Ja gut, aber das ist ja, also das ist ja wurscht. Aber Crêpe muss auch immer gegessen werden, glaube ich. Mit? Kommt man auch nicht dran vorbei. Mittlerweile sogar relativ oft Zimt und Zucker oder Nutella. Aber sogar oft mit Zimt und Zucker einfach nur. Ja, ist ja der günstigste auch. Also auch für den schmaleren Geldbeutel. Also schmaler Geldbeutel und Kerber schließt sich eigentlich aus, aber Kerber ist ja nur einmal im Jahr und man muss ja nicht die teuersten Sachen essen. Also jetzt nicht unbedingt die Ochsensemmel oder ähnliches, die dann doch teurer sind. Bei mir steht hier noch, auch letztes Jahr schon erwähnt, da hat sich nichts geändert dran, Hartnagelsbrezenhaus Richtung, also zwischen Rathaus und Stadttheater und natürlich alle italienischstämmigen oder italophilen Hörerinnen und Hörer, bitte weghören, Hawaii-Bretze. Es schmeckt einfach leider gut, auch wenn es verboten ist und ich jetzt wahrscheinlich ein Reiseverbot in Italien bekomme. Aber ich habe es ja auf Deutsch gesagt, dann vielleicht versteht es keiner. Dann geht es schon. Ja. Und? Drittens? Eigentlich, wo es halber Meter Feuerwehr geht immer rein, dann ist die Frage gut, wenn man natürlich ein bisschen kränkelt und der Hals angeschlagen ist, dann vielleicht nett. Ein Früchtetee, dann meinst du auf der Körbe. Aber nee, aber ansonsten ist das schon auch immer was, was hochkurscht. Oder Backfisch-Sammel, die geht natürlich auch immer ganz gut rein. Backfisch, Backfisch. Hellbergs Backfisch finde ich besser als die Rutsche. Du bist, glaube ich, eher ein Rutschen-Mensch, oder? Nee. Deine Familie ist schon auch geil. Ja, aber ich nicht eigentlich. Ich esse eigentlich nie an der Rutsche, glaube ich. Nee, eigentlich nie. Rutsche zu viel, die Show zu wenig Geschmack. Ich gehe nur gern vorbei. Ja. Also so ein bisschen das Hintergrund, das zu hören. Ja, genau. Es gehört zum Feeling dazu. Aber ich esse da eigentlich nie. Ich auch nicht. Lieber bei Hellbergs Backfisch finde ich besser. Empfehlenswert auch wieder, wenn wir über den schmalen Geldbeutel reden, immer beim Familiennachmittag heißt er, glaube ich, oder? Dienstag müsste das immer sein, in der zweiten Woche. Da gibt es ja alles immer für günstig, glaube ich, bis 19 Uhr. Da ist auch der Backfisch, war er zumindest letztes Jahr günstiger. Da ist an jeder Bude eigentlich irgendwas günstiger. Also, wenn jemand auf die Kerwa will und sparen will, dann nachschauen. Familientag, da gibt es immer gute Angebote. Und wenn ihr wollt, es gibt ja eine weitere Folge noch während der Kerwa, denn das Spielplatz spielt ja noch gegen Magdeburg. Kerwa Auswärtsspiel. Und dann, wenn ihr wollt, wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben, was ganz wichtig ist auf der Kerwa, dann schreibt uns auf allen möglichen Wegen. Ich denke, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Dann werden wir es noch nächste Woche nochmal hier aufklären und die guten Tipps weitergeben. Denn wir freuen uns ja über Tipps und ich glaube, alle anderen Hörerinnen und Hörer freuen sich auch über Tipps. Und damit können wir auch diese Folge nach über einer Stunde, nachdem wir so gar nicht über dieses Spiel reden sollten, haben wir wieder eine Stunde drüber gesprochen. Aber ich glaube, wir haben ja auch ganz gut andere Dinge rausgearbeitet. Nicht nur dieses schlimmen, was waren es dann am Ende, knapp 100 Minuten nacherzählt, sondern wir haben ja auch über viele andere Dinge gesprochen, die nicht wirklich gut aussehen der Zeit. In der Hoffnung, dass es wieder besser wird, sage ich. Danke, Chris. Ich habe immer zu danken. Und danke natürlich dann deine Stimme, dass sie durchgehalten hat bis hierhin. Also sagst du einen Gruß. Und dann auch danke all euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, fürs Dabeibleiben und fürs Feedback und so weiter. Vielen Dank, macht's gut. Bis bald. Ade. Ciao, ciao.